moin moin liebe leute und ein herzliches willkommen zurück zu ikarus ja ich habe ein bisschen vorbereitet und zwar hier für mein lauf jetzt zur mission lagerfeuer mit ein bisschen holz dass ich mich zwischendurch vielleicht noch mal aufwärmen könnte mein repetiergewehr mit 50 schuss auf einfach mal dass das ausreicht und dann wollte ich mich an dieser stelle auch noch mal bedanken für eure ganzen tipps und kommentare die ihr mir schreibt wirklich vielen vielen lieben dank und ich werde natürlich gucken dass ich immer alles mit berücksichtige und ja dementsprechend werde ich jetzt noch mal vielen lieben dank also ich lese die kommentare immer wieder sehr gern ich versuche auch auf alles zu antworten wie es geht und was ich auch festgestellt habe hier aber noch die talente und dann hier die respect punkte die kann man oben in der station man aus dem zahlungsmittel weitere punkte kaufen das heißt wenn ich jetzt ganz viel zahlungsmittel farmen würde könnte ich am ende wahrscheinlich alles fertig geskillt haben ja muss ich gucken wie ich es mache ja da schau ich mal vielleicht mache ich da einen zweiten charakter womit ich einfach nur so die zahlungsmittel einfach mal so farmen tun und dann in punkte umwandeln ich gucke einfach mal aber jetzt der tag hat gerade neu begonnen ich will jetzt rüber laufen mal ich glaube da lang ich habe auch jetzt nur ein bisschen eisen gefahren bis stein gefahren holz gefahren was jetzt nicht mit in der aufnahme jetzt drin ist das ist jetzt nicht ganz so schlimm ich bin tatsächlich mal dazu gekommen ja mal auf screen ein bisschen was zu bauen und ich weiß ich werde jetzt hier gleich ein bisschen frieren aber vielleicht klappt das ja ich meine das sind ja nur drei stationen die ich ablaufen muss denke ich mal damit jetzt erst mal das teil ein dann werde ich das ja sehen wie viel station das sind und ich denke mal eisbären werden wir hier auf jeden fall kommen wenn ich jetzt aber entsprechend und da ein bisschen blöd gerade der eisbär ich bin mir jetzt auch nicht sicher ist die kiste da unten oder ist sie da oben drauf da unten ist sie da habe ich sie gesehen schon eisbär da und ein eisbär mit am nacken und er läuft natürlich auch voll drauf zu war ja schon fast irgendwie klar ich hoffe es kommt jetzt kein schneesturm was ist habe ich hier echt probleme ok komm holen wir mal das teil raus oh ja das gewicht habe ich gar nicht gedacht ok 1 2 3 1 2 und da hinten noch drei ok dann würde ich sagen marschieren wir mal aber jetzt habe ich das problem dass ich natürlich um 0,5 kilo zu schwer bin das heißt ich würde hier natürlich jetzt nur langsam vorwärts kommen warte mal jetzt muss ich gucken ähm ja dann essen wir davon nochmal was genau ok aufpassen ganz stark aufpassen wenn das alles so klappt wie ich es mir vorstelle wie ich das geplant habe müsste es ganz gut laufen und ich müsste dann tatsächlich doch die mission beenden können ich schau mal mehr als schauen können wir nicht man muss einfach auch probieren risiken eingehen ich habe mein gewehr ich habe ein paar bauteile dabei also muss nur aufpassen hier auf die eisbären ne so ein feier wildbahn bin ich ein opfer guck mal da hinten sehe ich schon das erste teil die erste station ja auf die gletscherspalten aufpassen ne aber ich sehe jetzt auch kein eisbär oder so mich würde jetzt auch mal interessieren das habe ich jetzt auch noch nie ausprobiert ähm ich habe mich immer mit ins kampfgeschehen gepresst okay 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 ich werde jetzt mein gewehr in die hand nehmen drücken und mich ein bisschen verkrümeln weißt du ein bisschen weiter weg sie hier hinten vielleicht als ob das auch funktionieren würde wenn man sich einfach ein bisschen versteckt das klingt nach einer party okay okay ich bin gespannt guck mal da kommt da ist ein eisbär gewesen da ist er da ist er aber ja der macht die maschine ja auch kaputt okay warte ich muss zu weit weg immer noch zu weit weg oh komm komm baby das schaffst du oh shit ich schaff's nicht doch ich schaff's okay aber man sollte doch also doch was sicheres bauen aber es war jetzt anscheinend nur einer da ist zwar auch nochmal einer also doch einen kleinen Unterschlupf bauen wo man die Viecher doch ein bisschen wegschießen muss damit sie das nicht so kaputt machen okay jetzt habe ich natürlich Glück gehabt dass es nur ein eisbär war und das ganz klar wenn das jetzt zwei zwei eisbären gewesen wären wäre die eiskalt weg gewesen so okay ab zur nächsten oh die ist ganz weit da hinten ganz weit da hinten ja 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 aber station 1 ist schon mal gesichert so station 2 sieht man ein bisschen aus wie im wasser mal gucken ich glaube jetzt mal durch also von der kälte her geht es anscheinend noch ja wobei ich links unten schon sehe schon sehr sehr kalt aber gucken wenigstens noch irgendwie zu der anderen station ja dann kurz das ding hinbauen vielleicht ein Lagerfeuer machen zum wärmen hört sich ganz gut an also gut in der kälte will ich auch nicht ganz arbeiten aber da gibt es auch Mittel und Wege wie man sich dann gut schützt dass es nicht mal ganz so kalt ist oh da hatte ich jetzt erst die Gletscherspalte übersehen da muss man auch echt aufpassen diese verflugten Gletscherspalten da ist ein Eisbär den brauche ich jetzt nicht unbedingt ich laufe mal drum rum also die versuche ich zu vermeiden wie es geht oh lauf 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 bevor er dich jetzt ziehen tut okay gut dran vorbei jetzt müsste ich ja wieder unten läuft 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 oh jetzt habe ich schon zwei kältedinger okay ich muss mich aufwärmen was mache ich denn da unten da bräuchten geschwind ich habe ja meine Hütte da mitgenommen so ist das hier unten ah da unten da sehe ich es okay wofür hier ist das kein Eisbär ist hier jetzt kein Eisbär okay oh nein jetzt auch noch ein Wetter okay leichte Winde ziehen auf oh shit das wird nochmal kälter das wird nochmal ein Stück kälter okay Leute jetzt muss ich mich beeilen also äh warte mal mache ich das hier hin oh schlabbert die Lots aber auch so eins zwei Moment da nochmal schnell hin na komm okay schnell die Wände zack zack das Dach da oben drauf okay 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 komm wir bauen mal Ding da hin okay es wird wärmer ich hab da Hypothermie okay aber geht schon wieder weg das geht jetzt auch langsam weg dann werden wir uns jetzt kurz mal aufwärmen hier wir sind zum Glück nur leichte Winde und kein richtiger Schneesturm ja auf 4 3 2 1 und zack genau wärm dich auf wärm dich auf wärm dich schön auf 9 Grad mhm das ist gut das ist gut ich weiß nicht wie das wäre warte mal wenn ich jetzt den da nochmal abreiß so jetzt werde ich doch ah guck mal nochmal ein bisschen ein bisschen wärmer ne okay ok mhm okay So, habe ich jetzt das eine Zeichnerschülle bekommen? Schon Hammer. Frostbeule. Du frierst und leidest an Frostbeulen. Oh. Ja. Shit. Da. Nee, das ist der Hitzeverband. Naja, Frostbeulen hier halt, ne? Hier, Kühlverband. Äh, ne, ne. Hitzeverband. Halt, Frostbeulen. Genau der Hitzeverband wäre das, ne? Ja, den kann ich jetzt aber natürlich nicht herstellen. Hat natürlich kein Zeug dabei. Aber, gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Winde müssen nur aufhören. Dann schaue ich mal, wie ich das hier so hinbekomme, ne? Wärmer wird es jetzt auch nicht mehr. Okay. Deaktivieren, aufheben. auch nicht unbedingt sonderlich. Rampe, zack und Rampe. Vorne ist ein Eisbär. Ja, jetzt ist ein Glückwunsch. Über fünf Stacheln konnte ich mitnehmen. Ich hatte zwar eigentlich ein paar mehr gemacht. Aber mein Inventar hat nicht mehr zugelassen. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass es ausreicht. Und was mich hier erwartet. Okay. Systems online. So, was kommt hier? Was wird hier erscheinen? Wenn ja nur von vorne kommen, ne? Da sind alles Klippen. Ah, ich denke mal schon vorne. Diese Viecher sind nicht freundlich. Das sind Wölfe. Wölfe. Oh ja, die sind ja dann ziemlich einfach, ne? Guck mal, das ist doch... Na, das ist ja... Okay. Okay. Gute, zwei Wölfe. Das war jetzt natürlich auch nicht so... Okay, das ist jetzt... Da hätte ich mir jetzt die Bauten sparen können. Aber war ja wegen dem Sturm, ne? War ja wegen dem Sturm. So, warte mal. Welten aufnehmen. Muss ich jetzt mal alles abreißen. Ja, das abreißen dauert das natürlich ein bisschen. Äh, könnt ihr mal kurz teilen? Ein bisschen verschwinden. Ich weiß gerade nicht, wo meine... Weil die hier sind. Da, da, da. Okay, dann habe ich jetzt alles, ne? Ich habe alles. Ja, wunderbar. Okay. Gewartwölfe, ne? Weiswolf-Kadaver. Okay, ein Weiswolf. So, ich habe zwar schon Frostbeulen, aber ich müsste jetzt, wenn auch da wäre, kürzer, als wenn ich jetzt zurücklaufen würde. So, ich hatte hier einen Eisbären gesehen, aber wo ist der hin, ne? Ah, da hinten. Okay. Gut, da hinten bist du gut aufbewahrt. Das passt. Und da hinten müssen wir durch. In diese Höhle, da gehe ich bestimmt nicht mehr rein. Also, das muss nicht sein. Außer ich baue mir da irgendwas, wo wir die natürlich auch wieder hochkommen. Okay, also, diese Kälte werde ich nicht mehr ganz so lange durchhalten. Aber ich habe jetzt den Plan, da hinten hinzugehen, das Gerät aufzubauen. Und dann, ja, durch den Wald nach Hause, ne? Da muss ich dann nicht hier durch. Das ist zwar ein bisschen weiter, der Weg. Aber nicht ganz so kalt und nicht ganz so gefährlich, ne? Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler und mich erwischt hier jetzt doch noch ein Eisbär. Das wäre nicht schön, das wäre nicht schön. Wäre nicht schön. Nein, wäre nicht schön. Okay. Da ist ein Eisbär. Scheiße. Los an die Seite. Ich mag jetzt nicht hier sterben. Ich habe zwei Stationen, habe ich schon fertig. Ja, die dritte können natürlich gefährlich werden. Wer weiß. Aber ich finde, ich glaube, ich habe mich gut genug darauf vorbereitet. Ja, hier sind jetzt am längsten eigentlich die Wege. Die sind am längsten, ne? Ja. Okay, ich müsste jetzt bald, ja, noch ein gutes Stück. Oh, da ist noch ein Eisbär. Oh, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich wirklich nicht. Okay. Aber wenn ich jetzt sterbe, habe ich einen ziemlich langen Weg bis zu meinem Rucksack. Da bist du wieder ewig unterwegs. Okay. Oh, guck mal, da oben. Okay, wenn das da oben ist, dann Weg hoch. Okay, aber ich glaube, ich gehe mich... Ah, wer... Oh, der hat jetzt aber echt scheiße versperrt, den Platz. Oh, der marschiert gerade in die Richtung. Ich weiß nicht, ob da irgendwo was hoch geht. Naja, der marschiert gerade voll in die falsche Richtung. Boah, okay, geil, der ist schnell vorbei. Okay. Hat noch funktioniert. Wieso habe ich jetzt... Wieso bin ich plötzlich so schwer geworden? Ich habe doch nichts... 147,7? Äh. Komm, schmeiß mal raus. Okay. Also, hier ist schon mal zumindest mal warm. Okay, da oben ist das Teil. Das sieht mir nicht gerade danach aus, dass da ein Weg nach oben ist. Boah. Toll, und da ist noch ein Eisbär, ne? Wie mache ich das denn jetzt? Schlappert die Lotz aber auch. Okay. Gut, wisst ihr was? Den Weg, den überlegen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.